so oh hey jetzt geht's los geistbesessenheit poltergeist miss voodoo ok warte mal die nummer schreibe ich mir auf direkt mal hier miss voodoo fünf 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 zwei drei sechs acht küsschen aus der getriebsfabrik what you plugged in the video input you just couldn't help yourself could you oh that doesn't look very sturdy stop you there freie dich da erstmal raus you see you're making things worse don't touch the cracks oops don't tell me you've broken another coffee cup watson 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 you called homes homes is it me or is there an echo all of a sudden watson did you hear that affirmative there was nothing human about that scream it seems to be coming from our dear neighbor wilhelm's home let's go take a look shall we all of this is most exciting what on earth is going on hey those look like interaction icons i think we're in a game oh goodness we can stay here do the icons in the game work no that can only mean one thing we are trapped in this world just like these fictional characters world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion user we've probably entered a different video game dimension do something anything it's what you do best das sieht mir stark im wundelbild aus find a way out please we should not be here ok wir brauchen wahrscheinlich ein Auge so ne Zunge und ne Faust we must avoid running into those characters again at all costs i fear the consequences oh 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 ok ok wir müssen dann schauen all of this is mr glitches fault he's got something in mind but i don't know what will we hier irgendetwas abreißen ok 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 Don't cut yourself on it, or tear anything off. Hey, one of those icons in the foreground looks like it's spitting off. What have you done now? Now, did you take off one of the game's icons? Or the one with the bent corner? And just, what do you plan to do with that feast? I don't know. Maybe put it on the screen? Okay user, don't touch anything else. You will end up breaking something fragile. Ist hier ne Faust drauf? Ne, hier ist nur ne Lupe, ne? Und ein Auge seh ich jetzt hier auch gemischt. Okay. Okay. Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbour, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. A key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Don't make a sound user. What was that sound? What's that sound? There's ne Münze. Genau. A lost penny. It's my lucky day. Your lucky evening, my friend. Ich wollte eigentlich... ...mit der Lupe da ran. Deswegen wollte ich alles aufschneiden. Aber... Oh, der hat die Münze jetzt verloren wieder. Okay. Another penny? I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. Okay. There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Okay. Licht können wir nicht reflektieren oder vergrößern dadurch. Hm. Das sind sieben. Dadurch verlieren wir nur immer die Münze jetzt, ne? Mother? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. I'm getting a feeling of deja vu. Okay. Okay. Machen wir das nochmal. Okay. Machen wir das nochmal. Oh, warte mal. Möchte ich die vielleicht auffangen oder so? Warte mal. Möchte ich die vielleicht auffangen oder so? Pfff. Pff. 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 Po! Und was sollst du jetzt machen mit dieser Bühne? Ich habe noch nicht gesprochen. Es gibt keine Technologien-Equipment-Founders hier. hier hier ist ein 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 Nothing that even remotely resembles an exit door. And there we go. Let's just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on an email? That's disgusting! And that comes now... There we go. Okay, or not. Now we have a printed letter with a tooth on it. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. But we can't use this loop. But I don't know how to get it. I can't see if I could get it. I can't see if I could get it. Okay. Let's not see if I can get it. das wäre es mit der versauberten wisst ihr warum ich jetzt gerade auf die idee gekommen bin mit der münze ich habe mit einer augenbrauen pinzette schrauben aus meinem aus meinem wandschrank rausgelöst weil einfach kein schraubenzieher auf diese sechskant schrauben gepasst hat deswegen da das jetzt auch gerade das Spiel ist so smart das ist nicht eine gute Idee, User! Nein! Wo sind die Monitor-Sekwits? Es sieht aus wie das Set des Spiels, aber von der anderen Seite Ich weiß, was du machen willst! Ich weiß nicht, dass du sie helfen kannst! User! Du bist wirklich irritant! Sorry, not sorry! Aha! Meine Bar-Titzu-Techniken haben das bessere von dieser Tür Komm, Watson! Gehen wir rein! Warum wackelt etwas? Kann ich das kriegen? Herr Wilhelm, bist du da? Ich wollte euch ja eben gerade Licht machen! Ich wollte euch ja eben gerade Licht machen! Haha! Thankfully, there's no chance of that happening! At least, not as long as the device that's attached to this wire doesn't work! I get the feeling that sometimes I should just keep my mouth shut! Ich weiß nicht. Was ist hier? Okay, dann können wir also auch noch nichts machen. Das Licht hier schon immer geleuchtet. Hä? Oh, müssen wir uns jetzt auf einmal eine andere... Ah! Weil wir jetzt auch eine andere... Oh, okay, 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 okay. Jetzt ist quasi alles doppelt, ja? Hier ist dann auch nochmal eine andere. Hier nicht. Und jetzt, wenn wir hier so drin sind... Ah, looking these. Ich bin halt fucking genus. No, 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 no! Where is the fake moon going? I hope it's not... Ah, I knew it! Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no! It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Poor soul. It looks painful. Is it just me or did the red letter move? I can't stand hearing him scream. Finish him with a fight at some homes. It's unbearable. Okay, wir haben einen H bekommen. Geil. Das hätte ich noch eine Stunde machen können. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ist das da oben mit der so spät? User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Might so. If you were thinking about moving that fake wall, forget about it. The marks on the ground show that a piece of rail is missing. Or a letter of the alphabet. My money is on a piece of rail. This is for the door, right? Hmm. Hmm. How do we just a few millimeters can? But really the difference makes that at the door not, right? Hmm. Hmmmmhmmhmm. Hmmmmhmm. Also here unten have we so'n Fizzles Thing. wofür immer auch immer das gut ist dass es funktioniert so es ist die vorne verändern du hast einfach gewonnen das war nicht genug für dich ich hoffe, dass sie es nicht verstehen was ist was ist Ich habe dir gesagt, ich hatte meine Magnifizierung in meiner Hand, Watson. Und es hat plötzlich verabschiedet. Da geht's. Ich habe es herausgefunden. Diese Sprache. Es ist der Ghost, Holmes. Der Russische Ghost. Aber ich bin nicht Russisch. Herr Wilhelm, du hast uns nie gesagt, dass du so ein talentierter Ventriloquist bist. Oh, he's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. And we are trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he is not the one. User, I think we are going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual? Unless of course you've got the number for the fire department. Okay, bestrechen lässt er sich schon mal nicht. Okay, bestrechen lässt er sich schon mal nicht. Oh je. Zoom in, User. Oh je. I knew that mining fine glass was a good idea. Ah, warte mal. Well, this telephone chair is strange. It's like a missed puzzle. That is a telephone number. Ähm, warte mal, das geht, man muss komplett durchziehen, ne? 5 5 5 5 5 5 2 3 6 6 Ach. Warum reagiert denn der nicht hier? Hallo? Oder muss man hier auch die Null erst vorgehen? Oder wird das erst getriggert, wenn man die Nummer dazu hat? Ich sag hier. 5 5 5 5 2 3 6 8 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 20 20 20 21 31 23 21 23 25 Es ist ein Prototyp von Antonio Muchi's Telefon. Es ermöglicht dich zu kommunizieren mit einer Person von einer Distance instantly. Ich sage, und wie viele von ihnen existieren? Das ist der einzige Kind. Also ist es nicht sinnvoll. Es ist sinnvoll. Nicht für mich. Wer are you going to call with this thing? We don't know anyone here. Und er sagt es der einzige Kind. zwei, zwei, sechs, acht. Es funktioniert. Es ist ein Verbind. Das ist verrückt. Der Telefon ist das noch einmal zu machen. Es ist der Video-Ghost-Holmes. Kommt, Wadson. Pull dich zusammen. Es ist wahrscheinlich Mr. Muchi, der zweite ist, und ist es. Mr. Sherlock Holmes speaking. A Disenchantment-Ritual? You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Was it a video game? No, a Telefon-Scan. User, this Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. That's true, buddy. That's true, buddy. Ob wir das nochmal anbauen müssen? Are you trying to make a phone call? You can see that it's much too small. It's just pixel porridge. If only we had something we could use to zoom in. You again? Please stop calling here. And playing with the light. That Watson gentleman needs to pick up the phone instead. Okay, auf die Hoffnung, dass der andere, äh, das Telefon abnimmt. Zwei, drei, sechs. I'm warning you, I'll call Scotland Yard. Well, as soon as they get a telephone. Let's hurry up and find my magnifying glass while there's still light. Hmm. Was ist noch eine andere Nummer? Oh, warte mal, was ist, wenn wir das Licht wieder ausmachen? You just plunged our friends in darkness, User. That's not very nice. Mind you, nothing you do even surprises me anymore. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Well done, User. That character isn't by the communication device anymore. Hmm. Oh, war der Gedankengang doch gar nicht so verkehrt. So. Ähm. Dann müssen wir jetzt hier wieder... Good. We might finally be able to use this Teletrophone in peace. I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, dammit! Very well. Are you into a video game too? Yes. Three steps for a successful disenchantment. I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Oh no. Come on. Close moon? Say it's not the case. Put your hands on the table, so, I knew you would be blown away. What did you do? Dzkope? Und... Schnee und große Kirsche, ne? Muss man das aufschreiben, sonst verliert das hier meine 3 Watt-Börne. Ähm, aber hier ist nicht zufällig, ne? Das Bombenmesser... Hm, nope. Aber wie machen wir jetzt einen Vollmond daraus? Hm... ... 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 Uh, Mr. Watson, could you have Mrs. Voodoo repeat it? Good evening, madam. Could you please repeat everything that's needed for the ritual? On the night of the full moon, cover the victim with snow and add a big cherry. Thank you very much, madam. So, we're missing a full moon and snow. So, as well as the big cherry. Mmh, und ne große Kirsche. Du sagst das.